Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Weiter geht's, erstmal Soundcheck. Passt. Wer macht hier so komische Geräusche? Ach du! Kostet aber ganz schön Leben. Haha. So einfach lassen wir nicht übers Ohr hauen. Hihi. Pro Stück geben die 400. Okay. Wir geben viele Seelen. Natürlich, vergiftet. Was für Seelen habe ich denn so? Ritter? Ach, tausend Seelen habe ich. Also habe ich 63.000. Wofür ist das denn hierhin? Ein bisschen verwinkelt. Ab hier rein. Was für täussig, was ich sehen was erstmalben! Wir machen jeflotter. ktor, und dann kommen wir weiter. Es ist ein Sch�. Beratere. So, weg mit dir, blöde Zauberer. Das ist ja, glaube ich, eine Hexerei, die ich gefunden habe. Und hier ist nichts. Heißt, wieder hoch. Hehehe, wo der wohl herkommt? Hier ist nichts mehr gut. Das ist wieder hoch. Wie in der Ritterseele. Und wo ist eigentlich der Typ? Wo bleibt der Typ, der einen... Es werde Licht? Soll man hier Licht machen? Eine normale Tour. Aha, reingelegt. Und wieder nach oben, weil hier oben ist noch was. Ach. Das war nichts. Oh, da kommt er ja. Was soll das? Was soll... Ey! Ja genau, Roundhouse Kick. Hör auf damit. Komm her. Aha! Das war wohl nichts. Chester. Und er hätte nur 9000 gegeben. Die Frage ist, wie viel habe ich jetzt in der Tasche? 10.000... 13.000... Und wie viel gibt das? Ein paar Seelen brauchen wir noch. So ein Level. Oh. Nichts. Aha! Die geben jetzt 600? Das ist nicht! Haha! Okay, die kann nicht benutzt werden. Oh, jetzt halte ich hier ein bisschen komplizierter zu werden. Okay. Feck! Hey! Whoa! Hehe! Ich vertreibe sie hier. Kommt her! So! Und du da hinten nervst. Weg mit dir! Ach, hier geht es weiter. Da liegt was. Muss ich nur gucken, wie ich da hinkomme. Gehe, glaube ich aber, wenn ich zu einem Ort hin, wo ich relativ sicher bin. Heißt, ein bisschen zurück. Denn ich will jetzt meinen Part beenden und ich muss... Und ich werde... Und ich muss gerade... Gleichzeitig mal irgendwo hin. Ich werde gerade was machen. Zum Beispiel mich um meinen Upload kümmern. Der unten ist. Ich schätze mal, bis hier hin wird keiner folgen. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und... Bis zum nächsten Part.